Ja, wo bin ich, wo sind wir? Ich weiß, dass sozial-ökologische Bewegungen und Kirche und Christen oft zwei Kategorien sind, aber sie haben Potenzial zusammenzukommen, denn immerhin sind 43 Millionen Menschen in Deutschland christlichen Glaubens. Aber wo sind sie, wenn es heißt, für ihre Werte auf die Straße zu gehen? Genau diese Leute wollen wir einladen und ansprechen, denn jede Zielgruppe braucht ihre spezifischen Anknüpfungspunkte. In der Bibel gibt es eine Theologie, dass wir alle Könige und Königinnen sind und es bedeutet eigentlich, dass wir in Gemeinschaft und Fürsorge dafür verantwortlich sind, mit unserer Mitschöpfung den Ordnungssystemen und dem Nächsten zu leben und nicht einfach auf der Couch zu sitzen und zu gucken. Diese Theologie wurde oft missverstanden, doch sie hat Potenzial zur Mobilisierung. Und genau hier wollen wir ansetzen. Wir wollen ein professionelles Video gestalten, was Theologie, Systemforschung und sozial-ökologische Gerechtigkeit zusammenbringt und zum Mitwirken aufruft und damit eine Debatte anstößt. Und dafür brauchen wir 4.946 Euro. Wir würden uns freuen, wenn Sie das unterstützen. Be king and queen, it's written, but what does that mean? It's hidden.